Oh, hast du mich jetzt erschreckt. Du möchtest Menschen in Not helfen. Und darum, nimm dieses Gold. Ja, hallo, Michael, servus. Warst du einkaufen? Sieht doch ein Blinder, dass ich vom Einkaufen komme. Na, na. Wo hast du das? Gold her. Weißt du, wie sehr du uns damit hilfst? Das erzähle ich dir alles ein anderes Mal, Michael. Servus, mach's gut. Wer seid denn ihr? Ich habe euch hier ja noch gar nie gesehen. Kommt ihr aus einem fremden Land? Seid ihr etwa gar Flüchtlinge? Aber hier, ich hab doch genug. Nimm. Liebe Nixe, du weißt schon, dass der Anstieg zu dir immer schwerer wird. Lise des Goldes ist mir überhaupt nicht wichtig. Mir wäre viel lieber, wenn du bei mir bleibst. Wenn das so ist, dann werde ich allmählich einfach mehr an mich selber denken. Danke, liebe Nixe, danke. Das ist der falsche Weg. Ach, so ein Quatsch. Ich kenn das ja wohl den Weg. Und hole mir jetzt ab, was mich glücklich und reich macht. Ja, wo ist denn diese Nixe heute? Die weiß wohl nicht, dass ich noch Einkäufe zu erledigen habe. Ich spüre, du hast dich verändert. Tue Gutes mit meinem Gold. Sonst wird es dir wie den vielen anderen vor dir zum Verhängnis. Ich rufe euch in den nächsten Tagen ernst mit meinem neuen Handy. Ich habe ja eure Nummer. Lisa, kehr um. Das ist der falsche Weg. Ich habe nicht auf die Nixe gehört. Und auch nicht auf die Bäume. Nun wird mich das gleiche Schicksal treffen. Und ich werde versteinert werden. Und so endet nun die Sage von Lisa und der Goldseenigse. Die Kinder dürfen jetzt alle zur Nixe kommen und sich ein kleines Geschenk abholen. Vielen Dank. Vielen Dank.